Musik Schatz Morgen, früh um 9 Uhr. Ich weiß ja Bescheid, ja. Bis morgen. Guck mal, bevor ich bin in der Scheidung, vor dem der Scheidungstermin, dann war ich schon mal erst gegangen mit der Kutsche, ein Tanzmariechen, das war doch Karneval und so, aber ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Jetzt ist Scheidung angesagt. Hat es mir aufgefallen wegen diesem blöden Trepper, den ich gekriegt habe mit der Kutsche. Dadurch habe ich meine Frau angestimmt. Das wäre es ja gar nicht aufgefallen. Diese guten Saugen, so dreckig, gut, gut. Jetzt bin ich wieder meine Trümel-Tabletten weg. Das war das Telefon weg. Ich muss jetzt mal meine Tabletten nehmen. Ich will den Scheidungstucker. Ich muss jetzt mal die Finger machen. Ich habe keinen Scheidung mehr gemacht. So. 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 Das ist ja alles schwarz-weiß, meine Hände, mein Hemd, das ist ja alles schwarz-weiß, was ist denn hier los, das ist doch nicht gemein.